Hallo zusammen, ich bin der John, im dritten Lehrer bei der SwissJug und ich mache gerade den Lehrer als Polymech und heute werde ich euch zeigen, was ich im Alltag mache. Die Tätigkeit im Alltag als Polymech wäre zu schleifen, drehen und die Montage. Unser Team ist sehr hilfsbereit und freundlich, kann ich sagen. Jeder ist für den einen da. Ich kann Fragen stellen, Leute können Fragen mir stellen und ich versuche im besten Fall zu helfen. Wir helfen uns gegen sich. Mein Berufsbildner unterstützt mich bei jeder Sache. Falls ich unsicher bin, falls ich Hilfe brauche, ist er da. Wenn ich für SwissJug wäre, könnte ich einen kurzen Einblick in der Konstruktion bei dem einmündigen Praktikum. Bei vier Tagen hat man immer etwas Schönes auf der Wertbank und im Summen hat man normalerweise mit der ganzen Firma einen Ausflug und zusätzlich einen Ausflug mit der Abteilung. Als Polymech allgemein hat man viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann studieren, man kann auch eine Weiterbildung machen in verschiedene Fachrichtungen, zum Beispiel als Ingenieur oder einfach weiterarbeiten. So zusammen, das war mein Alltag als Polymech bei der SwissJug AG. Falls das gefallen hat, bewirre dich bei uns und ich hoffe, man sieht sich bald. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. bei ihm. Bis dann. Punkt. Bitte. Bitte. avonseln.